So Leute, der letzte Cup ist soweit. Hm? Der Molten Cup ist Daisy. So, hey Daisy. Ich hab hier los mit dem Level. Ein Wünschener für den Level, wie ich sagen habe, ist das Hammergeil. Dann sieht man das Baby-Ele. So sieht man das Baby-Ele, diese Baby-Ele, wo die Hälfte sind. Und dann sieht man das auch. Aber ich finde, dass die Fein hier ist, wenn wir weg sind. Ich hab hier keine Feinheit gehabt. Ich hab hier gesehen. Ich hab hier gesehen. Ich hab hier gesehen. Der kann man bis zu wenig, äh, mit Verlust und Kontrollen. Ich weiß ja, wie man hier weg ist. Aber wenn ich hier verliere, dann schalte ich gerade, weil das ist gerade so. Das ist die beste Steck vom ganzen Cut. Oh, die sind ja okay. Hey, ich weiß nicht. Einmal die Stecker. Aufhänge. Oder die Harte? Nee, egal. Ich weiß nicht, dass die Spass hält. Das ist leider nicht. Aber wie ist das? Super Magi-Spiele Da gibt's die Eise 3 Ich hab' den Kopf Das ist so eine schöne Strecke, das ist so eine schöne Strecke, das ist echt so traumhaft die Strecke. Das ist so eine kleine Strecke, das ist so eine kleine Strecke. Das ist so eine schöne Strecke. Ok, hier ist der Kugel-Schmash-Zardos-Utli-Mitte-Macht-Was. Das heißt wirklich, dass die noch viel Wichtiges gemacht, Alter. Aber wie ist das jetzt? Können wir das eigentlich besser machen. U-Tli-Kampagne, U-Tli-Kump, Dessie und Tyler schafft das. Da habe ich fest. Um zugefallen, dass die Freude greift. Es ist so Freude für mich, wenn ich das nicht sehen kann. Wieso geil, ne? Aber das ist noch viel zugefallen, hier. Oh, aber... Ich habe ja jetzt einen Kugel-Kampagne. Ich bin jetzt noch mal da. Bösen. Da ist die Kugel-Kampagne. Dann tippen. Ah, was ist denn das? Wie ist das? Wie ist das immer das? Wie ist das immer das? Ich habe da noch einen Ex-Fall gewollt. Scheiße. Was ist das noch nicht so? Da wäre noch ein Ex-Fall gewollt. Aber es ist sicher ein Ex-Fall gewollt... Wie ist das denn? Das weiß ich nicht, aber nicht mehr. Ich habe einen Ex-Fall gewollt. Komm Baby! Die Kumis! Sieht Kumis geile aus! Wuuu! Er hat seinen Platz also. Hammer geile Strecke für euch. Die Regenbogenstrecke, die... Also die haut alles weg durch. Die haut alles... Hammer geile. Die ist Hammer geile. Sieht aus. Wunderschöne Strecke. So, jetzt haben wir was heute hier. Es war ein bisschen Zeit verloren, aber... Das musste sein, weil die Strecke war echt wunderschön. Wunderbar. So, jetzt haben wir jetzt mal hier. Dann haben wir mal hier unser... Durch die Fahrzeug. Und... Bedeutung. Die Don totally ebenen... Das war auch eine, boah, diese Strecke hab ich gehasst, ey. Auf die Super Nintendo, äh, Super Nintendo Version, ey, das war so schwer. Da gerade auf dem Flugzeug, boah, Alter. Das bringt sich an die Wahlspiele. Oh mein, da geht's! Oh ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Dann ist er der Ball, ich weiß, was er bei mir passiert. Der Ball ist nicht so schnell, von Anfang an der Wiege es auch. Oh ja, 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 ja. �. Ich bin zu nah dran im Grund. Ich bin zu nah dran im Grund. Ich bin zu nah dran. Geil, geil! Ich bin zu wenig umringen. Das ist gut für den Fahrer. Wo ich erster werde. Oder sie. Naja, zweiter. Aber wir haben damit gewonnen. So, jetzt kommt die letzte Strecke dieser Tour. Der Dino-Dschungel. Ja. Den ihr beiden. Dafür die letzte Strecke. Bo bo bo. Jetzt. Schwer. Da. Nehmen wir die. Weil sie ja so. Aufbildet worden ist. Mit dem Ei. So und hier den. Ich würde jetzt die Banane auch nehmen. Wenn ich wollte. Dann würde ich das locker schaffen. Entschuldigung. Aber ich würde die Dämonen fliegen. Die Dämonen fliegen. Die Dämonen fliegen. Die Dämonen fliegen. Oh, ich würde langsam wieder. Boah. Ich würde langsam wieder. Ganz in der Zeit. 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 Dann ist halt dann richtig. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ne? Da kommt nicht mehr auf. Ui! Ich komm jetzt mit dem Kacki-Kapper zum Riesen. Nein! Nein! Boah! Nein, sorry. Die sind erster. So, das war's zu der schönen Tour. Jetzt kommt die als Spezialvideo mit der Zereologie. Ja, dann wollen wir mal die... Ja? Okay, jetzt kommt nichts mehr. Das ist nicht so gut, aber kann passieren. Also, Leute. Es folgt das letzte Video. Die Zeremonie. Bis dann. Die Zeit war mit Lucky Tour. Und im nächsten Video der Bonus-Part. Viel Spaß!